Bist du eigentlich schon ein Wikisahner? Ich begrüße Sie wieder ganz herzlich in unserem Format Kolloquium. Meine heutigen Gäste sind Doktorin Friederike Wichel und die Professoren Urs Gruber und Alexander Rondek. Und wir widmen uns heute der Frage, der Kampf gegen die Heilkunst, Chance oder Risiko? Bleiben Sie dran, wir starten gleich ins Gespräch. Herzlichen Dank, ihr lieben Experten. Schön, euch hier zu haben. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Es geht um das Thema Kampf gegen die Heilkunde, ob das eine Chance oder ein Risiko ist. Wir müssten vielleicht erst mal das Thema Heilkunde definieren. Was können wir denn unter Heilkunde verstehen? Max, du musst gerade mal... Eine gute Frage, gegen welche Heilkunde, dass wir jetzt heute sprechen würden und wer den Kampf eigentlich ausführt. Wenn man von Heilkunde spricht, ist es ein ganz allgemeiner Begriff. In der Regel wird das etwas einfach eigentlich unterteilt in dem, was wir unter der sogenannten Schulmedizin verstehen. Also ein Medizinstudium, das man an der Universität aufgrund von ganz bestimmten Messmodellen eigentlich da pflegt. Und dann gibt es den anderen Teil, man könnte jetzt sagen, es ist komplementäre Medizin oder es wird verstanden als biologische Medizin. Es gibt über 300 von diesen Begriffen, wenn man weltweit etwas schaut, was man darunter subsumieren oder verstehen könnte. Allein in der Schweiz, weil ich aus der Schweiz komme, allein in der Schweiz sind über 900 Methoden vertreten, dieser ausserschulmedizinischen Fächer. Und das können mitunter, eines ist die chinesische Medizin oder Ayurveda oder Kampo, also die japanische. Da gibt es auch ganz, ganz große Konzepte, Modelle und Anwendungsgebiete. Und wenn man dann schaut, wie vielfältig das ist, was wir nur hier schon sehen, 900, in Europa sind es etwa dreieinhalbtausend unterschiedliche. Dann können wir in etwa einschätzen, von was wir sprechen. Also wenn ich jetzt von Heilkunde spreche, es ist vielleicht das ganze Sammelsurium, ob jetzt die Schulmedizin, ob wir die jetzt im Moment vielleicht etwas ausklammern könnten, weil ich nicht weiß, wer gegen die kämpft oder vielleicht, man weiß es nicht genau. Aber dass wir vor allem von diesem naturerkundlich, komplementärmedizinischen Verfahren und Methoden sprechen, glaube ich. Und wenn ich jetzt mir überlege, wer dagegen kämpfen wollen würde oder vielleicht auch tut oder könnte, dann müsste ich schon wieder sagen, ja kommt darauf an. Also aus meiner Sicht, ich bin in der glücklichen Lage als Schweizer, muss ich sagen, als Schweizer in der Schweiz, Komplementärmedizin betreiben zu dürfen. Es gab 2009, gab es eine eidgenössische Volksabstimmung, ob die Bevölkerung, die Schweizer Bevölkerung, ja zu dieser Komplementärmedizin sagt, also ja zu Anwendungen außerhalb der Schulmedizin, die mit Tradition, also die aus diesem Pott Puri eigentlich kommen. Und da hatten wir eine gute Zweidrittelmehrheit, also Zweidrittel der Bevölkerung hat ja gesagt, das kam jetzt ins Grundgesetz der Schweiz, dass das selbstverständlich ist, dass es mit dazugehört, inklusive die Abstimmung, dass man den Arzneimittelschatz pflegen muss in der Schweiz. Wenn ich da jetzt von der Schweiz rüber schaue, über die Grenze nach Deutschland, sieht das wohl etwas anders aus. Ich sage jetzt nicht, dass die Schweiz jetzt ausschließlich das gelobte Land ist, jetzt für diese, man kann miteinander tun. Es geht aber doch schon um einiges besser, als wenn ich nur schon über die Grenze schaue, muss ich eingestehen. Einerseits vom Gesetzgeber her ist vieles viel mehr möglich und andererseits stellt man auch fest, muss ich sagen, wenn ich in Deutschland natuerkundlich orientierte Therapeuten betrachte, ob es Ärzte sind oder nichtärztliche, was Heilpraktiker zum Beispiel sind, stelle ich fest, dass da ganz viele Ärzte und Nichtärzte als komplementärmedizinische Therapeuten die sehr ähnlichen oder dieselben Anwendungen im Rahmen der Naturkunde betreiben. Das heisst, ein Heilpraktiker in Deutschland, der darf, man sagt, an Blutiger arbeiten, also darf auch mal mit der Spritze und darf auch mal Infusionen und so weiter. Und je nachdem, was er jetzt in die Infusion tut, ist er gar nicht so weit weg vielleicht vom Doktor, vom Arzt, der vielleicht genau dasselbe macht. Und in der Schweiz ist es ganz anders, dann gibt es den Arzt, der Natuerkunde betreibt und dann gibt es den nichtärztlichen, natuerkundlichen Therapeuten, der jetzt eidgenössisch, also gesamtstaatisch geregelt ist und so weiter, ist ein Beruf und der arbeitet nicht blutig. Das heisst, der macht keine Infusionen, der macht keine Neuraltherapie zum Beispiel. In einem Kanton gibt es Ausnahmen, aber sonst darf er das machen. Und so muss sich natürlich, oder muss sich die Schweizer Szene ganz was anderes überlegen, das können wir nicht tun. Nun, was können wir dann erbringen, was er nicht vom Doktor bekommt, in Anführungszeichen, wo wirklich Naturheilkunde ein großer Begriff ist, dann kommt man auf natürliche Arzneien selbstverständlich und in unterschiedlichen galenischen Zubereitungsformen, die ja ein Schatz in der Schweiz sind, muss man sagen. Es kommt auf Wasser, es kommt auf Bewegung, sehr viele manuelle Techniken, die sich da etablieren. Es gibt in der Schweiz ein Qualitätssystem, das Erfahrungsmedizinische Register zum Beispiel, dass über 300 dieser Methoden, beziehungsweise die Therapeuten qualifiziert, um zu schauen, sind die geeignet, haben die die nötige Ausbildung, damit sie quasi auf Herz- und Augenhöhe mit einem Patienten so arbeiten können. Ist diese Qualität gesichert? Und so findet man auch häufig Ärzte, die in der Schulmedizin arbeiten, die sagen, nee, da habe ich kein Problem, wenn jemand jetzt noch sich dies und jenes zugutekommen lässt, auch wenn es ganz andere Methoden und Modelle sind, die er versteht. Wenn jemand qualifiziert ist und auch gerne am Patienten arbeiten mag, also die Schwelle in der Schweiz ist nicht so hoch, würde ich jetzt mal so unterstellen, wie das in Deutschland zum Beispiel ist. Und wenn man jetzt sagt, wer kämpft gegen was, dann könnten es Methodenvertreter sein, so Schulmedizin gegen Naturhekunde oder gegen Komplementärmedizin, und genau dasselbe umgekehrt, Komplementärmedizin gegen die Schulmedizin, verstehe ich alles, muss ich eigentlich, ich verstehe es hinten und vorne nicht. Es wird immer quasi der Mensch, der Hilfe sucht, außer Acht gelassen. Also wenn wir jetzt als unterschiedliche Disziplinen gegeneinander kämpfen und vergessen, für was wir es überhaupt tun, ist es für mich immer sehr, sehr schwer, da irgendwas überhaupt dazu sagen. Wenn jemand dagegen sein könnte, wäre es ja der Patient, der Mündige. Und sonst sollen doch die einen oder die anderen, es soll nichts mischen, sondern sollen zum Wohle des Patienten wirklich auch miteinander sehr gut kommunizieren und da dem Patienten zur Verfügung stehen. Unabhängig von welcher quasi, mit welchem Modell, das man da arbeitet. Ich weiß nicht. Und ich glaube, es ist ja auch noch, es ist ja nicht nur die Schulmedizin gegen die Heilkunde, sondern es ist ja auch, wir müssen da auch über die Politik und die Pharmaindustrie sprechen, die natürlich kein Interesse daran haben, dass der Patient heilt, sondern die ihre Medikamente dann auch vertreiben wollen und dann für die Nebenwirkungen des Medikaments schon wieder ein Medikament und das auch knallhart in ihr Kalkül quasi mit einbeziehen. Und das ist, glaube ich, noch der größte Punkt gegen die Heilkunde, die sich da wirklich sehr, sehr stark machen. Also als ich die Frage gehört habe, sind mir auch zwei Sachen durch den Kopf gegangen. Erstens, Kampf gegen die Heilkunde, also es widerspricht Heil und Kampf. Das sind völlig konträre Prinzipien. Also die kann man eigentlich gar nicht zusammenbringen. Also es darf eigentlich nie ein Kampf sein, wenn ich jemanden heilen möchte. Und jetzt kommen wir eben, ich schließe genau zu dem, der zweite Punkt ist, weil man gedacht hat, Heilkunde, machen wir eine Heilkunde? Also versuchen wir zu heilen oder versuchen wir eine Krankheit zu beseitigen? Heilen würde ich eher darunter verstehen, zurückzuführen in die Gesundheit und in die gesunde Haltung des Patienten. Und ja, es gibt natürlich bestimmte Bereiche im wirtschaftlichen Leben, die jetzt nicht so groß interessiert sind, dass eine komplette Heilung, eine Gesundung und eine gesunde Haltung besteht, sondern dass der Patient vielleicht auch eine Abhängigkeit erlangt. Das heißt, er braucht bestimmte medizinische Gegebenheiten, damit er weiterhin diese in Anspruch nimmt. Und das natürlich aus wirtschaftlicher Sicht, was völlig legitim sein kann, wenn man aus rein wirtschaftlicher Sicht das sieht, eine Abhängigkeit dadurch erzeugt. Also einen Gewinn weiterhin spielt. Kennt man bei den Druckern das Gleiche. Drucker kriegt man relativ günstig. Die geeigneten Tintenpatronen sind unglaublich teuer. So schaffe ich einen Einstieg und eine Abhängigkeit. Und ich kann nur dann drucken, wenn ich auch wieder genau diese Druckerpatronen habe. Also es ist ein wirtschaftliches Prinzip. Und das kollidiert natürlich mit einem moralisch, ethisch völlig anderen Modell der Gesundheit oder der Gesunderhaltung oder Wiedererlangung. Und das ist, denke ich, das Große. Und dann kann man natürlich schon sagen, es sind bestimmte Widerstände oder Strömungen, die nicht unbedingt die Heilkunde, also die Kunde, wie man heilt, im Sinn haben. Ja, jetzt denke ich mir eigentlich, wenn ich so einen Beruf ergreife und ich werde Mediziner, dann leiste ich ja einen hypokratischen Eid. Und dann soll das doch in meinem Interesse auch sein, dass ich jedem, der kommt, wie du so schön sagst, irgendwie dann die Gesundheit zurückführe. Und mir erscheint es dann manchmal eben, wenn ich sowas höre, natürlich macht das Sinn, was ihr so sagt. Aber es gibt eben einfach dann scheinbar einen Teil derer, die die Augen davor verschließen, vor dieser Pflicht, die ich annehme als Arzt oder die ich eingehe oder diese Verantwortung. Und irgendwie, also ich nenne es immer ganz gerne, die Seele verkaufen. Also dazu muss ich mal sagen, ich habe ja nun das Studium nicht so lange her, dass ich es abgeschlossen habe, 2014. Und ein Eid habe ich nie geschworen. Das Examenzeugnis kam per Post. Also da fängt es schon an. Du schwörst nämlich, es wird immer gesagt, das ist in den Köpfen so verankert, aber du schwörst diesen Eid nicht mehr. Als Medizinstudent bist du Lobbyist der Pharmaindustrie und das ist alles. Also es war auch 2000 so. Mein Abschluss, ich habe es auch per Post gekriegt und ein Eid habe ich nie geschworen. Es gibt einige Universitäten, da wird es noch gemacht. Im ersten Semester, das weiß ich. Ich kann nur sagen, dass ich habe in den Umstudierenden war es nicht der Fall. Ich glaube, in Heidelberg war es damals noch gegeben. Da habe ich nämlich davon gehört und habe gesagt, Mensch, eigentlich schade. Das wäre schon eine schöne Eingangszeremonie, was uns bindet. Ein Ritual, das eben dann die Verantwortung, die man als Mediziner hat, der sich um das Wohl eines Menschen kümmert, eingeht. Vielleicht einen Punkt möchte ich nur sagen, immer auch ein bisschen als Erklärung, Schrägstrich Entschuldigung. Im Medizinstudium in diesen sechs Jahren lernt man in einem bestimmten Bereich oder in einer bestimmten Art und Weise zu denken. Also ich habe es vorhin schon erklärt, wir lernen zum Beispiel in der Pharmakologie, ich erinnere mich, da haben wir einen Kardiologen gehabt, der hat uns erklärt, wenn einer einen Bluthochdruck hat, welche Möglichkeiten der Pharmakologie es gibt, um diesen Blutdruck zu senken. So, der Job ist dann erfüllt aus seiner Sicht, wenn ich den Blutdruck eingestellt habe. Aus unserer Sicht, die hier sind, nicht, sondern eigentlich der zweite Teil fehlt völlig. Was kann ich denn tun an den Lebensumständen des Patienten, das kann Ernährung, das kann Bewegung sein, das kann Mindset sein, also Coaching oder was auch immer, dass der Blutdruck runtergeht und ich diese Medikamente ausschleichen kann. Also eine Ursachenbehebung. Also nachhaltig vor allen Dingen. Genau, aber das wird halt nicht vorgesehen. Die Pharmaindustrie hat jetzt nicht einen direkten Einfluss. Es ist nicht so, dass der Kardiologe durch die Pharmaindustrie bezahlt worden wäre. Aber das Denken endet leider genau an einem Punkt, was für eine Pharmaindustrie natürlich sehr vorteilhaft ist, weil wir genau diese Abhängigkeit schaffen. Das heißt, der wird diesen Blätterblocker, wenn das zum Beispiel eine Lösung ist, wird er auch weiterhin nehmen, damit er den Blutdruck in dem Niveau hält. Jetzt muss man fairerweise sagen, wenn man die Realität kennt, dann wird es nicht bei dieser Monotherapie auf Dauer bleiben, sondern es wird dann später nochmal ein Medikament dazukommen. Darum ist es schade, dass man nicht gleich zu Beginn lernt, ursachenspezifisch die Heilkunde anzuwenden. Also ich heile ihn wieder. Sondern das ist im Endeffekt abgeschnitten. Also man müsste eigentlich grundsätzlich an der Ausbildung zum Mediziner, zum klassischen Mediziner, da grundlegend viele Dinge verändern und ergänzen. Wenn ich ganz kurz einen Satz, wenn ich sechs Jahre so trainiert wäre und mache dann nochmal einen Facharzt sechs Jahre und vielleicht noch eine Spezialisierung nochmal drei Jahre, dann bin ich sechs plus sechs, es ist zwölf plus drei, 15 Jahre werde ich in eine ganz bestimmte Richtung getrimmt. Und man weiß selber, wenn man Kinder in eine bestimmte Richtung was beibringt und immer wieder gebetsmühlenartig das Gleiche sagt, nur bis dahin denken und sonst nichts anderes, dann braucht man sich nicht wundern, dass es schwer fällt. Und darum nehme ich die auch immer in Schutz, weil ich immer Patienten kriege, die sagen, ja, warum denkt denn der und der nicht so? Dann sage ich, wir haben das nicht anders gelernt. Und irgendwann bleibt man da hängen. Also das ist nicht bös gemeint, das ist jetzt auch nicht leichtfertig, auch nicht moralisch leichtfertig, das jetzt die Kollegen so handeln, sondern es ist eine Lehre, die begrenzt richtig ist, um es vorsichtig zu formulieren. Wir wollen ja auch nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt ja sicherlich auch einen Teil der Kollegen, die durchaus offen sind für diese Idee oder für den Gedanken und für Naturheilkunde und andere Therapieformen auch mit einbeziehen oder sagen, okay, wenn du das für richtig hältst, lieber Patient, dann mach das gerne, ergänze das. Mir ist es nur wichtig, dass ich davon weiß, also ich glaube, es ist schon wichtig, dass die Therapeuten dann, die untereinander an einem Patienten in Anführungszeichen praktizieren, arbeiten, dass man weiß, also so ganzheitlich von dem Patienten, was nimmt da Einfluss, oder? Weil sonst kann ich ihn nicht beurteilen. Ja, und ich glaube, es ist ja auch, wir leben ja in der jetzigen Zeit mit all diesen Medien, QS24 steht da ganz vorne, also guckt allein mal die Abonnenten dieses Fernsehsenders an. Also heutzutage, der Patient kommt ja schon auch zum Hausarzt und sagt ihm genau, guck mal das und das und das und untersuch mal das und das und das. Also der Hausarzt ist schon manchmal so in der Bedrohle und sagt, okay, ich muss, glaube ich, umdenken. Also man merkt, das ganze System beginnt zu kippen. Leise, leise, langsam. Aber die Menschen erwachen auch und hinterfragen ihren Lebensziel. Und man, ich glaube, in diesen oder auf diesen, das ist ja manchmal auch der Vorwurf in diesen alternativen Therapien, es treibt ja teilweise auch sehr seltsame Früchte oder Blüten und vielleicht ist es auch schon ganz gut, hier die Spreu vom Weizen noch mal zu trennen, oder? Wie seht ihr das? Ja, das kann tatsächlich sein. Ich unterstelle auch, dass in dieser ganzen Naturkunde, Komplementärmedizin-Szene nicht alles Gold ist, was glänzt, aber ich würde jetzt sagen, genauso wie in der Schulmedizin auch. Und auch dort gibt es sicherlich wirtschaftliche Interessen, oder? Und da gibt es auch wirtschaftliche Interessen. Und du sagst genau das auf den Punkt eigentlich. Wenn ich höre, was der Alexander Rondek vorhin gesagt hat, und sage, ja, das ist absolut treffend, was er gesagt hat. Erst muss man den Patienten vielleicht mal schützen, vielleicht auch vor sich selber, aber mal schützen, und sagen, und jetzt können wir beginnen zu arbeiten. Ich nehme das vielleicht wieder weg und schaue, wie wirst du gesund. Nicht nur die Krankheit beseitigen, also nicht nur die Symptome beseitigen. Aber wie du es auch richtig gesagt hast, oder ich sage es mit anderen Worten, ist die Gesundheit mittlerweile einer der grössten Wirtschaftszweige der Welt oder der grösste schlechthin. Und wenn man das so betrachtet, ist es schon klar, dass man bestimmte Strukturen da hat, dass man sagt, diejenigen, die diese und jene Theorie verfolgen, wenn ich jetzt zum Alexander Rondek in Behandlung gebe, und er gibt mir ein Medizinmedikament, wird die Kasse das anstandslos zahlen, wenn er vielleicht sagt, ich nehme dir das jetzt wieder weg, aber wir müssen jetzt vielleicht dies und jenes tun, ich habe die Bereitschaft, ich mache mit, ich bewege mich, und er sagt, jetzt brauchen wir vielleicht diesen und jenen relativ günstigen Zusatz, der wird nicht mal bezahlt von der Kasse. Also es sind ganz bestimmte Strukturen, die hiermit eine sehr, sehr bedeutsame Rolle spielen. Und wenn wir jetzt sagen würden, wir hätten jetzt einen Wunsch, wir drehen jetzt einfach mal das Medizinstudium um, würde es nicht ins System passen. Und deswegen der große Appell, wie du von ganz schön Friederike gesagt hast, es gibt schon viele Leute, die erwachen und sagen, aber das kann es ja nicht sein irgendwie. Ich kann doch jetzt nicht die zwölfte Tablette, und das gibt es tatsächlich, die zwölfte Tablette, unterschiedliche pro Tag, es muss doch irgendwas passieren, es kann doch gar nicht sein. Und das finde ich ganz toll, wenn die Leute erwachen und wenn man dann Leute trifft, die sagen, ja gut, ich tue das. Die Leute müssen das aber selbst dann quasi übernehmen. Also sie müssen Leistung erbringen und dann vielleicht das eine oder andere auch noch bezahlen, selbst, wenn man sagt, dieses Vitamin oder was auch immer. Und das ist schon sehr merkwürdig, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben ja noch den Aspekt, dass nicht alles bei jedem gleich gut funktioniert. Und umso mehr sollte dann ja in dem Mittelpunkt stehen wahrscheinlich, dass man wirklich den Menschen eben ganz individuell anschaut. Und das hören wir ja immer wieder, dass die Patienten sich in der klassischen Medizin eben einfach immer weniger gesehen fühlen und in der, ich nenne es jetzt mal Heilkunde, wie der Titel unserer Sendung ist, dort eher gesehen fühlen und ernst genommen fühlen vor allen Dingen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es dem einen oder anderen Mediziner nicht gut gefällt, der so seinen Stiefel fährt, wenn ich das so ausdrücken darf, und Krankheiten nun mal kategorisiert und dort seine Patienten einordnet. Wenn jetzt jemand kommt, ich würde aber gerne so oder so vorgehen und warum kann ich das so bei Ihnen nicht haben? Das ist natürlich unangenehm. Es ist meiner Einschätzung nach so, dass wenn ein Arzt ist so ausgebildet, wenn man ihm jetzt drei, vier oder fünf Symptome beschreibt und nach einem Labor etwas aus der Chemie und vielleicht ein Röntgenbild etwas aus der Physik, da muss er in der Lage sein, ein mögliches Krankheitsbild daraus zu erkennen. Das heisst, ich sage es mal, das heisst, in diesem Konzept der Medizin ist nicht vorgesehen, dass man eine Stunde Zeit hat für den Patienten. Nicht, weil der Doktor das nicht will, sondern weil es nicht vorgesehen ist, wird auch nicht bezahlt von der Kasse. Ja, verstehe ich. Sondern es heisst einfach, okay, er braucht nicht mehr als drei bis fünf Minuten eigentlich für das, für den Menschen noch so gerne, aber das wird dann nicht bezahlt. Und in den naturkundlich-komplementärmedizinischen Modellen, ich denke jetzt zum Beispiel an die chinesische Medizin, ich denke an die klassische Homöopathie, wenn man zum ersten Mal in die Homöopathie geht, dann nimmt sich der Homöopath zwei Stunden Zeit. Und das ist auch Therapie. Das ist im Konzept enthalten. Jetzt je nachdem, wie fragt er, wie tief und so weiter. Jetzt sind wir vielleicht nicht nur auf der Körperebene, sondern wir sind schon sehr, da gibt es auch sehr gute Untersuchungen, in einer Art von biopsychosozialem Modell, um zu schauen, wie kann ich mit Einfluss nehmen, mit der Arznei, aber ich unterstelle, dass die Hälfte der Wirkung mindestens auch vom Therapeuten selbst kommt, weil das hat einen ganz, ganz tollen Miteffekt, eine sehr schöne Art von Gesundheitsdynamik, das da angenommen werden kann, sodass der, und er schaut danach, wo sind die Ressourcen des Menschen selbst. Wenn ein Mensch von mir aus vom Boden so viel Gesundheit hat und jetzt ist er auch mal krank, dann kann er so krank sein, das heisst nicht, dass diese Gesundheit schon weg ist. Also es gibt Dynamiken, Gesundheitsdynamiken, die muss ich aber abrufen können und ganz viele naturkundlich-komplementärmedizinische Modelle arbeiten auch nach diesem Prinzip, wo habe ich Kraft, die ich mitverwenden kann, die der Patient mitverwenden kann, um quasi dynamisch diesem Kranksein zu begegnen. Und was mir noch eben eingefallen ist in den drei bis fünf Minuten, ich war hier in der Schweiz, als dieser neue Tarif vor ein paar Jahren eingeführt worden ist. Und ich bin hier nun jetzt praktischer Arzt. Und was du in drei bis fünf Minuten nicht machen kannst, ist den Patienten untersuchen. Das, was den Patienten nämlich heilt, wenn du ihn berührst, wenn du ihm Zeit gibst für sein Leiden, egal welcher Art. Als praktischer Arzt darfst du die körperliche Untersuchung nicht abrechnen. Und da bin ich wirklich drüber gestolpert, wo ich mir so denke, ich bin doch Arzt, ich kriege mein eigentliches Schaffen am Patienten nicht honoriert. Und da siehst du schon wirklich, wie grausam das System eigentlich funktioniert. Und wie dann nur, wenn du Facharzt für Innere Medizin bist und die Spezialisierung hast, und dann darfst du das abrechnen. Ja, genau. Vielleicht muss ich da noch eine Zusatzsache. Wir haben mal Personen befragt, wie bist du mit deinem Doktor zufrieden? Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich bin sowas von zufrieden, ich habe den besten Arzt der Welt und so weiter. Und wir haben dann rückgefragt, okay, was sind denn quasi die Merkmale des besten Arztes? Ich war dann sehr erstaunt, dass sie gesagt haben, ja, ich kann hin und ich kann sagen, was ich habe. Und er sagt, okay, ich gebe sie gleich ins Emmeri und ins CT und mache ein Röntgenbild und mache noch diese Untersuchung. Der nimmt mich ernst. Und da muss ich den Appell vielleicht auch an den Patienten selbst richten. Der alte Doktor, der Hausarzt, der schaut mit Händen, der macht eine Untersuchung. Und da gibt es viele Menschen, die das Gefühl haben, der nimmt mich gar nicht ernst, der hört mich noch mit dem Stethoskop ab und der schaut noch, wie ist denn das, also wie ist die Durchblutung und so weiter. Das müssen wir gar nicht untersuchen. Wir gehen da und dahin. Interessant, dass für ganz viele Patienten dann quasi die Wertigkeit dahingehend ausfällt und man sagt, der nimmt mich ernst, weil der meldet mich jetzt schon mal an sieben Orten für eine weitere Diagnostik an. Das erinnert mich so ein bisschen an, ich bringe mein Auto, mein Auto ist kaputt, ich bringe das in die Werkstatt und bitte repariert es und ich hole es dann wieder ab und kann dann wieder weiterfahren. Als, okay, da müssen wir dies und jenes machen. Also das ist auch so ein bisschen so eine Mentalität, man möchte natürlich gerne die Gesundheit abgeben. Also da muss man auch aufpassen, wir haben immer wieder Patienten, die wünschen sich, der Wunsch ist völlig klar, wenn ich chronische Schmerzen habe, dann will ich die loswerden, dann will ich die hier in der Praxis lassen und ich möchte nach Hause ohne die Schmerzen gehen. Völlig verständlich. Nur eins muss klar sein, der Patient hat mindestens so viel zu tun wie der Arzt oder der Therapeut und nur wenn wir das gemeinsam machen, dann wird es auch funktionieren. Genau, also wir sind uns da sicher einig, dass wir die klassische Medizin nicht abschaffen wollen würden in unseren Köpfen, sondern eben... Das wäre ja auch fatal. Also ich will ganz kurz die eine Minute nutzen. Letzte Woche haben wir Eishockey-Trainingslage gehabt und dann gleich bei der ersten Eiszeit ist einer von uns in die Bande und der lag dann da und ich bin dann geholt worden. Ich mache es ganz kurz. Der hat Kribbelgefühl in den Händen gehabt und dann wusste ich, okay, den nicht mehr bewegen. Notarzt gerufen und ich war heilfroh. Der hatte zum Schluss, der ist dann im Krankenhaus dann, mit dem Hubschrauber rüber geflogen worden und hatte dann den sechsten, siebsten Halswirbel gebrochen gehabt. Und ich bin heilfroh, dass es die Schulmedizin gibt. Ja, ich auch. Also um das ganz klar zu sagen und ich freue mich über alle meine Freunde und Kollegen, wir treffen uns in einem Monat wieder, die machen alle Schulmedizin und ich bin dankbar, dass es die gibt. Weil ohne die, jeder hat seine Aufgabe in diesem ganzen System. Der einzige Wunsch ist, dass man offen ist für andere Sachen. Genau. Synergien nutzen und die unterschiedlichen Fachgebiete, dass nicht jeder meint, er hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen, wenn ich so ausdrücken kann. Und hat die alleinselig machende Wahrheit, sondern dass man wirklich die Köpfe zusammensteckt für den Patienten oder im Sinne des Patienten. das wäre wünschenswert. Also das Gute aus allen Optionen, die uns zur Verfügung stehen, das wäre unser gemeinschaftliches Ziel und unser Credo aus diesem Gespräch. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr bereit wart, hier eure Einschätzungen, euer Input dazu zu geben. und in diesem Sinne sind wir leider schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, Sie haben da ein bisschen Inspiration mitgenommen, auch ein mündiger Patient zu werden und sich auch, also die Verantwortung in Ihre Hände zu nehmen und auch mal klar zum Ausdruck zu bringen, was Sie möchten und aber auch Ihre Themen anzugehen. Denn eine Krankheit kommt nicht von ungefähr und wird nicht einfach mit dem Gießkannenprinzip ausgeteilt in die Umwelt, sondern wir tragen alle in einer gewissen Weise auch selbst dazu bei, wie es uns sowohl psychisch, geistig, seelisch, aber auch natürlich physisch geht. Und das, diese Idee wollen wir auch noch bei Ihnen lassen. Und wenn Sie mehrere dieser oder weitere dieser Gespräche mit unseren Experten, die hier sind oder aber auch darüber hinaus, viele wundervolle Menschen, die Ihr Expertenwissen hier preisgeben, dann schauen Sie doch mal bei Wikisana vorbei, ein unabhängiges und freies Portal. Dort finden Sie noch viel mehr Aufschlussreiches und Intelligentes für Ihre Gesundheit. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten und schauen Sie gut auf sich, seien Sie liebevoll zu sich und das ist das Allerwichtigste. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen.